Ziemlich beschwitzt. Im Schlaf ins Bett gemacht. Am Morgen, nach einem feuchtfrühlichen Abend mit ihren Freundinnen, erwacht Charlotte auf einem nassen Laken. Sie hat im Schlaf ins Bett gemacht. Hat sie es beim Feiern des Junggesellendenabschieds übertrieben oder muss sie sich Sorgen machen? Auf der Hochzeitsfeier eröffnen sich neue Perspektiven. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage